Ich zeige euch heute die Gletschervorken von Jade Drache Herpoetry, denn ich habe euch ja auch schon Fotos gezeigt, aber natürlich sieht das auf Film oder Live alles noch ein bisschen spannender aus. Zum Beispiel hier Glas Klar, die habe ich euch gestern vorgestellt, mit einem leicht grünen Topper und diesen leicht blauen nebligen Nöpsi-Füßen. Die wirkt, bewegt doch noch mal gleich ganz anders. Die Triplex kennt ihr auch schon von Fotos, aber natürlich kann man da nicht diesen tollen Panoramablick zeigen, einmal rundherum. Da kann man gut reingucken. Und dann habe ich hier noch eine zweizänkige wieder mit Nöpsis. Übrigens haben hier meine Nöpsis mehr Existenzberechtigung denn je, denn die sind nicht nur schön, wie hier zum Beispiel in Klar, gebirgig, sondern die bieten eben auch ein schönes Gegengewicht zum Topper. Diese Welten-Topper, so leicht und durchsichtig sie aussehen, sind nämlich schon etwas schwerer, als wenn ich da jetzt eine reine Holzfolke hätte. Und durch die Nöpsis hält das einfach ein bisschen besser im Haar. Das stützt auf der anderen Seite ab. Haha, und ich habe es erfunden. Hihi. Und der hier ist auch besonders schön, da ist auch ein bisschen Moos drin. Und hier eine Blubberblasenstelle und Nebel. Und der ist auch von hinten schön. Und auch von oben. Nummer vier ist diesmal Platanenholz. Der Topper ist auch leicht grünlich. Da ist ein nebliges Gebirge drin. Die Form gefällt mir auch gut. Und wieder Nöpsis. Deine ... ... ... ... Vielen Dank.